Ja, ja, genau. Können wir noch was anderes als laufen? Wir können dritt machen, hinlegen. Aber ich züchte ja hauptsächlich Hunde für Familien, weil ich sage, viele Hunde sind meine Kinder. Ich denke, für die Hunde geschläfen gehen. Eigentlich doch ganz niedlich, das ist meine Füße. Bitte, 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 bitte. Dann komm mal her zum Anfang. Du Kleine, du Kleine. Na süß, Schocko. Der Onkel hat irgendwann mal die Hunde sehr lieb gehabt. Könnten wir so einen Hund denn ausleihen? 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 Ich kenn sie doch gar nicht. Also ich muss den Leuten schon vertrauen. Ja, aber wir würden uns wirklich total drum kümmern. Der ist wirklich tierlieb. Der kennt sich mit Tieren aus. Der ist ja liebt Tiere. Der kann, der geht auf sie ein. Und der, und die in die Hunde... Total. Das spüre ich, wenn wir unterwegs sind, dass sie sofort noch so viel zukommen und ihnen... War das nötig? Ja, musste das sein? Ja. Das war die einzige Sprache, die er verstanden hat. Geben Sie mir Wasser. Nein, ich meine man. Geben Sie mir Wasser mit der Kinnachendung... Vielen Dank.